Startposition. Schlägerkopf nach oben, stehe hüftbreit parallel zur Linie und die Füße zeigen zum Netz. Bewege die Schulter und den Fuß schräg nach hinten. Führe die Schleife bis hinter den Körper zur Grundposition aus. Setze gleichzeitig den rechten Fuß in Schlagrichtung nach vorne und beuge die Knie. Knie strecken beim Schlag und drehe dein Oberkörper nach vorne. Treffpunkt, seitlich vor dem Körper treffen, knie nahezu gestreckt und schlage den Ball von hinten unten nach vorne oben. Denke daran, eine beidhändige Rückhand ist eine Vorhand mit links. Die linke Hand sollte den Ball aktiv beschleunigen. Endposition. Lasse den Schläger bis über die rechte Schulter laufen und verlagere dabei dein Gewicht vom hinteren auf das vordere Bein. Führe die Schleife bis hinter den Körper aus. Trainingsaufgabe. Spiele gezielt auf eine Hälfte des Platzes. Erst Cross, also diagonal und dann Longline, geradeaus. Fünfmal hintereinander das richtige Feld getroffen? Na dann, weiter geht's! Fünf, Buh, Buh! Fünf, Buh! Fünf, Buh!